So, grüßt uns, herzlich willkommen im Gültig-Güttler-Stadion. Es geht wieder los, liebe Sportfreunde, liebe Fähigkeiten aus dem Sport Zellendorf. Mir ist die heutige Mannschaftsaufstellung des Sportfreunds Zellendorf. Ich traue Sebastian Frank, mit der Nummer 3 Michael Zura, die Nummer 4 Paul Projekto, mit der Nummer 6 Fabian Fidelser, unsere Nummer 7 Michael Spazi, mit der Nummer 8 Daniel Reif, die Nummer 10 Alos Patschak, mit der Nummer 11 Vincent Busseck, die Nummer 13 Gerald Atol, mit der Nummer 14 David Eschinger und unser Kapitän mit der Nummer 15 Gabriel Neuweister. Ersatzspieler, Ersatzvorhüter Markus Zimmer, die Nummer 5 Mario Stift, mit der Nummer 9 Rudolf Fidelser, die Nummer 12 Andreas Pfeiffer und lasst mir noch nicht die Nummer 16 Stefan Brunner. Das alles auf heute wiederum mit der Regie unseres Täners, Clemens Pfeiffer. Grüßen wir mit der Nummer 4 die Untersteller des heutigen Amts, unsere Gäste in den spazieren Ufer und unseren S.V. Zellendorf. Grüßen wir mit der Nummer 4 die Untersteller des heutigen Amts,